Ach, Crancy. Aber die Aussage, ich weiß der Traitor ist, aber er möchte es nicht hören. Äh. Und wer war es dann? Ja, Krabs. Aua! Und er möchte das nicht hören? Grobein verbrennt Möbel, er fällt sich sehr vertreten. Oh! Andi Leiter, Respekt. Andi Leiter? Immer diese random... Wer hat sich die Brand geworfen? Wer ist Andi? Wer ist denn dieser Andi Leiter? Ey, verzieh dich mal. An mir! Crancy. Was? Oh Gott, der hat die Sword-Off. Was ist es, Nils? Crancy! McFly hat die Sword-Off, Leute. Aua! Nefias, du hängst deinen Haken und ich schubst dich weg. Aus mich. Ihr habt Brems abgeschossen. Flieg! Ah! Boah! Anne! Flieg, flieg, äh? Anne, Anne! Anne! Anakin! Anne kann? Kipp doch, ey. Anne? Loll? Das Anne kippt. Wenn es ist Goro auch. Ja, Goro muss es auch sein. Okay, wir suchen ihn. Anne und Goro, also. Goro ist unten! Je nachdem, wer lebt. Ab ihn, ab ihn. Sauber. Oh, eine schnelle Runde. Hago, ich habe gesehen, dass du nämlich Anne gesehen hast, aber nichts getan hast. Ja, ich hätte schießen müssen. Aber so konnte ich noch Grants und dich umbringen. Glückliche Zinnstände. Aber dann habt ihr noch den Besten aus dem Spiel genommen, ich. Uns selbst, ja. Juhu! Grants. Digo, da ist er wieder. Er ist so süß. In einer Shotgun und in einer Diegel gespawnt. Geil. Er ist so süß, wenn er aufgedreht ist. Hehehe. Hehehe. Lord ey, lass mal ne... Boah. Er hat wieder zu viel Zucker zu sich genommen. Wenn er wieder zu viel getrunken hat. Alter. Bei der Plasma geworfen, Leute. Dieses Explosionsfach möchte ich gerne. Boah! Die macht aber auch immer einen Krach. Das Explosionsfach, ihr steht da echt... Das Explosionsfach? Bitte, bitte lass mich trade up. Dann lernst du noch was. Keine Ahnung, Leute. Das Explosionsfach. Oh, same. Ja, das ist echt so, wo er die Sprengmeister kommt. Grenz und Dalo. Grenz und Dalo sind. Grenz und Dalo. Ja, was soll ich machen? Ja, schießen. Ja. Ja, wo bin ich denn? Ich hab nix. Ich hab ne Mac-10. Soll ich damit schießen? Das ist doch lecker. Warte mal. Hier, Chico. Hier kriegst ne Jägel. Ja, Dalo ist es. Au! Wie gesagt, ey. Ich will wenigstens also zurückschießen. Lebst du noch? Nephi? Ich hab dich nicht getötet. Ich hab ihn erlebt noch. Das war meiner auf jeden Fall. Ich hab den zuerst gesehen. Hinter dir! Leute? Ey! Hier schießt einfach der Detektiv auf mich. Einen brau... Ich brauch das meiner. Jeder einen wenigstens. Ja, nee. Ja, der macht schnell, der schießt. Ja, mach ich doch! Ich hätte da ein paar mehr gefühlt. Einen wollte ich auch haben. Vor allem Dalo, du sagst das an und ich hatte keine Waffe, weil ich am Anfang ja wieder runtergesprungen war und tot war. Vor allem, ich steh oben auf dem Turm, Dalo zieht schon auf mich. Ich so, ja, Dalo ist es. Und irgendjemand ist hinter mir hergerannt, ich hab mich überdreht und dann auf einmal direkt Headshot gegeben. Ich wollte gerade abdrücken. Das hast du letztens aber auch einmal gemacht. Das war so lach von mir. Da stand ich auf einmal zwischen Kapuze und Crap und haben die mich auch erschossen und ich hatte noch nichts. Ich bin vor allem auch noch an Anne vorbeigerannt. Ich dachte schon, nein, ey, die hat eine Shot gehabt. Ich bin in dem blöden Bereich unter dem Castle gespawnt, wie komm ich denn hier wieder raus? Was? Das ist, äh, jetzt bist du verflucht. Das passiert nur den selten... Schieß einfach gegen, ach so ne, geht ja gar nicht mehr. Schieß einfach gegen ein explosives Fass. Genau. Wenn die Runde losgeht. Ja, genau. Jetzt. Auha, jemand hat auf mich geschossen direkt. Er hat keine Waffe. Du hast immer oben auf dem Turm? Ne, da oben ist jetzt keiner. Hat er jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Aber er hat gerade auf mich geschossen. McFly oder Craps? Ich hab keine Waffe. Okay, dann McFly. Eindeutig, der Fall ist gelöst. Oh nein, ich hoffe nicht, dass es McFly ist, weil der hat ne Soro. Wenn ich tot bin, ist es Goro. Wenn ich tot bin, ist es Julia. Julia ist Detektiv. Ich bin. Ich bin. Aber er hat auch Soro. Es ist Goro. Irgendjemand hat ihn gekillt, oder? Nein, andersrum, andersrum. Mensch. Das war nicht los. Nils, du bist doch Detektiv für Sinti. Hier links drin. Hier drin. Den Ding hat es gekillt. Wo ist es Goro? Also McFly. McFly ist safe, Leute. In dem hier. Ja, warte. Okay, warte. Dann hab ich ne Idee. Geh da einfach rein. Geh da einfach rein. Du bist es selbst. Nein, Quatsch. Weißt du was? Das ist ne Falle. Das ist ne Falle, Nils. Auf den nächsten schieß ich. Auf den nächsten. Nimmst du Detektiv? Du schießt auf den nächsten einfach. Kann einer mal jemand ... Habe ich schon zum Detektiv. Hier, Mann! Auf jeden, Nils! Er kommt aus dem Raum hier raus. Nein, nein, nein. Er ist es nicht. Er ist safe, er ist safe. Na, weil wir haben grad nen Dead Ringer gehört. Okay, Leute. Warte, hier oben war Shigo noch. Ja, ich kam grad erst hoch. Julia weiß bestimmt, was zu tun ist. Hey, Dalu ist es. Wer ist es? Nimm dir ne Waffe. Oha, es war wirklich nicht Dalu! Was war das denn? Das war Dalu. Was war das denn? Scheiße. Das war doch keine Absicht. Ich kann Julia leider nicht nochmal wieder nehmen. Das wollte ich nicht. Ja, aber du bist ja Traitor. Nein, bin ich nicht! Nils, lebst du noch? Ja. Wer ist denn jetzt noch der Rest? Da ist Dalu! Komm, soll ich schießen? Nein! Oh Gott, ich bereue das doch noch. Dalu ist hier. Ich hau ab. Ja, du bist ja Detective, Nils. Ich hab glaub ich nen Fehler gemacht. Lebst du noch? Ich hab schon wen getötet. Hier, ich hab auch noch wen getötet. Ah, okay. Immerhin. Soll ich, es sind zwei Leute von der Name weggeflogen. Jetzt vertraue ich ihm wieder. Ist das so? Nein, da muss doch ein Traitor dabei sein. Was war das für eine Name? Krabs könnte es dann nur noch sein. Nein. Ich bin es aber auch nicht. Dalu oder Krabs? Normalerweise ist Krabs doch da etwas empfindlicher. Ne, für ich habe doch schon Goro gefehlt. Dalu oder Krabs hab ich gesagt. Ja, ich hab da nen Traitor gekillt. Ja, aber das war wieder so nen Dalu-Ding, weißt du? Für mich ist hier keiner safe, ey. Nefi, Nefi. Ich glaub mir, dass Dalu so betroffen getan hat, weil er einfach nen Traitor gemacht hat. Weil ich Shigo getötet hab. Okay, innen sie auf dem Balkon. Nein! Ich bin auf der Kaufgrenze. Ich weiß. Ich sammel sie wieder ein. Und du wolltest nicht in die Falle machen. Dalu ist es. Ah, du Sau. Oh, hier unter uns. Ja, die Geschüsse Dalu ist es. Was ist Dalu? Ich bin oben! Ne! Nils, was machen wir jetzt? Dalu ist es! Dalu ist es! Dalu ist es! Hier ist ne Brand. Nils, wo bist du? Hier ist ne Brand. Nils, wo bist du? Nils, wo bist du? Ich frag mich vorher. Ah! Da ist er! Scheiße! Nein! Nehmen wir ein Feuer! Verdammt! Ah, jetzt weiß ich nicht, wo ihr seid. Dalu, belebt Goro wieder! Ah, klick, klick, klick! Oh Gott! Oh Gott! Ding Dong! Der Detective ist tot! Hat aber lange ausgehalten. Killt er einfach schief. Mh! Auaah! Wo ist er denn? Da! Was machst du denn? Nein! Ja, ich kann nicht durch die Tür gucken! Warum, warum gehst du denn? Ah, okay. Ich wollte es doch nicht so langweilig machen. Warum gehst du denn nicht weiter hinterher? Ach Dalu, du hättest Goro bei der, äh, hier. Ich hatte doch schon, ich hab einen Traitor wiederbelegen. Mehr Defis kann ich nicht kaufen. Geh mal da runter und dann links, da hab ich den reingelegt. Hier links, da. Geh da mal hin, belebt immer wieder. Oh, Shigo ist von der Disc-, äh, von der Brandgranate weggefetzt. Aber ich weiß nicht warum. Ah, ich bin da. Ich hab den Tauben gebraucht. Ach so, ich bin nicht mal schuld gewesen. Nein! Oh, ich dachte, meine Brand war das. Ja, meine Tower war das. Ich hab dann früh geworfen, ab. Oder zu spät. Jaja, ich hab's versucht, Julia. Ich konnte das nicht zulassen. Gibt Gaming, Tower Wars. Die liegt drüben, hau ab da! Ich hänge! Ich hänge! Craps, du Hänger, ey. Warum bin ich eigentlich... In dem Alter hängt halt schon einiges. Ich hänge ab. Bei dir hängt auch einiges. Bei dir hängt auch einiges. Ja, ja. Ey, Good Gaming! Weg hier! Ey, das war ne INSI! Das war ne INSI! Das war ne INSI! Oh Gott! Die Disc hat mich fast weggehauen. Das Zeug hat mich fast weggehauen. Ich hab mal ne Waffe. Alles gut? Hallo, ich renoviere! Raus! Ja, ich werf hier eine runter. Zack! Was macht ihr hier für'n Chaos? Ich renoviere! Renoviere! Nie, bist du in nem anderen Turm gewesen? Hallo! Ja! Ja! Ich bin hier eingebrochen! Hier ist Dalu. Der kam durchs Fenster. Das war der Nikolaus. Raus! Da ist ein Name reingeflogen! 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 Das war wieder ich! Es war ne Brand! Ne, doch nicht! Ja, ne Brand! Ja, der Detective hat eben auch schon mit Brand geworfen. Oh! Weinbrand? Ja! Brandwein! Oh! Heilige! Pico! Oh! Ich bin selber nicht! Soll du tot? Wahrscheinlich schon. Der ist zumindest vom Dach gefallen. Ich glaub Anne ist es. Anne ist es. Boah! Ne Anne! Das stimmt überhaupt nicht! Ich wurde grad vor meinem... Grants ist confirmed! Und Anne! Grants und Anne, Leute! Ich hab beide gekillt! Matt? Äh, ein Dead Ringer! Ein Dead Ringer! Und Grants war Traitor! Okay, dann ist Anne... Wo hast du sie gekillt? Moment! Jetzt ist sie aber ganz tot unconfirmed! Moment! Also confirmed als Traitor! Aber es kann trotzdem Dead Ringer! Ja, Dead Ringer! Ah, sie ist hier bei mir! Unten, unten, unter der Etage! Äh, jetzt ist sie wieder am Leben! Hast du es geschafft? Ja, Dead Ringer! Das war nur... Da muss sie jetzt auf der Mittleren Ebene sein! Also Dalu, du hast... Ich hab Grants und Anne! Also Anne dachte ich, sie ist tot, aber die ist nur ein Dead Ringer gewesen! Und Grants hab ich gekillt! Okay, irgendwie mittlere Etage oder so, hab ich gehört! Oh! Das ist ein Regal vom... Ja, die wollen uns hier bewerfen und Stalu! Warte, wir verstecken den hier, Julia! Den hier verstecken, ey! Willkommen zurück! Mr. McFly! Hast du was gesehen? Ah, ich hab Anne! Nicht! McFly! Hey! Die sind wieder weg! Alp! Der hat da jetzt nicht auf Anne gesch... Warte, wer Dead Ringer! Äh! Äh! Wer war das denn jetzt? Ego! Bleib mal stehen! Hast du jemanden... Okay! Ich glaube, ja, er hatte jemanden gesehen! Maxi, auf wen hast du geschossen? Keine Ahnung, er darf nicht reden! Ich hab ihn wiederbelebt! Achso, okay! Ah! Und er, er drescht hier grad durch wie ein Scheunendrescher! Ja, macht auch gut! Sehr gut! War da nicht ein Märtyrer jetzt? Boah! Ja, da war ein Märtyrer! Guck mal, ich dachte, LOL! Einfach nur LOL! Ja, ne? Warum identifizieren wir dann einfach mal just for fun? Hey, ich bin nicht abgeschossen dabei! Danke, Krabs! Bin ja auch nicht, ne? Hm! Ja, auch nicht! Wie viele leben denn noch? Nephias? Ja! Okay! Krabs ist es, Krabs ist es, Krabs ist es! Scheiß! Nein, das war ich nicht! Ach, scheiß, Alter! Boah! Wie seh ich denn die Zweiten noch nicht, ey? Na, Grenz, mich konntest du auch nicht sehen! Ich bin ja runtergefallen von der Burg und war auf so'n Mittelding gelandet! Ah! Und dann war ich genau über euch und ihr bringt da wen um in so'ner Geheimecke! Shit, ey! Mord beobachtet! Aber ich hab mich schon gewundert, dass anderen die ganze Zeit... Aber ich hab mich schon gewundert, dass McFlame ja nicht mit einem... Die wollten erst mal die Hälfte rumgelaufen, weil ich keine Waffe gefunden hab! Und dann hatte ich nur diesen Dreck! Und dann hattest du die Leiche bei Grenz nicht konfirmt! Ha! Brauche ich ja nicht, weil Grenz ihn erschossen hat! Muss ja dann Inno gewesen sein! Und dann hielt so die Serie und denkt, gleich geht's los, gleich geht's los! Das ist die letzte Runde! Ah ja! Stuck! Du wirst noch gleich was von der A haben! Ha! Bring it on! Bring it on! Ha! Also ich hab Shotgun und Diegel, Goro! Was sieht's bei dir aus? Ich hab ne Diegel! Und Sword auch! Au! Aber ich mach... Ich... Nilla schießt mich gleich ab! Unten, wenn du ins Haus reinkommst... Falsch! Immer die... Hinter dir Krabs! 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 Oh, warte! Hier die letzte Waffe! Hier wird's abgegriffen! Julia hat's ja abgegriffen! Das Universum will, dass ich lerne! So'n Quatsch! Du, Grenz ist es allein! Nee! Triple Traitor! Du musst das schon mitmachen! Jetzt out it! Ja, ja! Du hast dich bestimmt versteckt! Damit ich abgeschossen werde! Bin hier bei Nephi! Also du, Nephi oder was? Und du! Ich glaub, Goro hat grad seine Waffe weggeworfen, um dir jetzt einen Bullrohrsatz zu kaufen! Ich glaub, Grenz hat nen Nephi! Der hat sich versprochen! Ja, Goro bleibt jetzt stehen! Warte kurz! Darfst du nicht reden, oder was? Nee! Warte kurz! Darfst du nicht reden? Nee! Oh, hier! Wer ist das? Ich will von der Leiter runter! Oh, hier! Der Traitor-Kollege kommt hier hoch, ey! Oh! Shigo! Fang! Hängst du da... Was hängst du da so ab? Was hängst du denn da so ab, ey? Was echt? Das war doch wieder so ein abgehackter Gorobein! Moment, wer hat's da noch, oder? Siehste, du lebst noch! Ich bin... Hallo! Jetzt lass mich doch mal in Ruhe! Wir sind aus dieser Good Gaming! Ein Schwach! Von der Good Gaming! Hat Good Gaming die Golden? Schieß doch mal auf Dalu! Wer war das eigentlich in der Einrunde, der die Giftgasgranate geworfen hat? Das war ich, oder? Achso! Hätten wir uns auch denken können! Nils! Nee, eigentlich ja nicht! Schieß auf Dalu! Nefias! Nefias! Und wenn's Dalu war, kannst du mich auch abholen! Anne ist es auch! Nefias! Julia warst du im Shop? Nein, ich hab hier die Waffen runtergewarf! Hier waren noch zwei Waffen rum und die hab ich alle runtergebracht! Dalu? Ich auch! Das ist ne Disco, Mann! Du kriegst gleich einen... Nein, nicht auf Goro! Wer denn jetzt? Wenn du einen Kill haben willst, schieß auf Dalu! Ich verrate meinen Traitor-Kollegen heute, for free! Er ist es, Leute! Ich glaub, Grenz ist es! Ja, ich glaub auch! Aber erst auf Dalu schießen, dann auf mich! Ja, ja! Damit du ihn dann erschießt! Ich schieß jetzt auf dich, Grenz! Nein! Doch! Genau so! Wo ist er? Wo ist er? Schießt, Leute! Bleib stehen! Bleib wenigstens stehen! Okay! Hat er super geklappt! Hey, Grenz? Wo bist du Grenz? Hey, nicht! Dann bist du ja Traitor! Also... Was mit Shigo hier? Werf wieder her! Ich komm zu! Willst du die haben, Grenz? Ja, bitte! Geil! Prinzessin! Nein! Ich will nicht, dass Shigo es ist! Shigo, nein! Nein! Da rennt er! Ne, warte, da ist Golden Deagle Joe! Ja, und? Du bist doch safe von mir! Was sagst du? Du bist doch safe von mir! Ja eben! Da ist er! Er hat Shigo getötet! So ein Monster! Das kann er dann nicht gewesen sein! Goro, lauf! Opfer dich! Er ist hinter uns! Ist er nicht in dem Scheißraum? Das bin ich! Ne, in dem anderen, da drüber! Hier, dem... Der ist doch nicht da drüber! Nein! Da... Gegenüber! Sind es nur noch nur zwei? Da ist er! Gehen wir nicht davon aus, dass du es geschafft hast! Weiß ich nicht, ich habe einfach nur mit der grünen Tiegeleimer geschossen! Und? Achso! Scheinbar... Ah, nicht! Warum schießt du mich an? Was? Was? Das war... Das war eine gute Runde! Er ist gerade umgefallen, als ich um die Ecke kam! Und deswegen habe ich nochmal geschossen, ey! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!